Herzlich Willkommen zu meinem dritten Video aus meiner Reihe zu Shotcut. Jetzt geht es darum uns genau anzuschauen wie man Titel und Texte einfügen kann. Wenn du so allgemeine Basics willst, wie man zum Beispiel Videoclip schneidet und so weiter, dann würde ich dir empfehlen jetzt zuerst das erste Video meiner Videoreihe anzuschauen. Aber wir beginnen jetzt hier gleich in diesem dritten Video, in dem ich mir den Projektnamen festlege. 0,3 ich habe das dritte Video, die anderen Einstellungen belasse ich gleich. Was sie besagen habe ich im ersten Video schon erklärt. Ich gehe jetzt auf Los, holen wir die Materialien rein, ich gehe auf Datei Öffnen und wählen mir jetzt hier diese vier Dateien aus, ich habe hier eine MP3 Datei, zwei JPEG Dateien, das heißt zwei Grafiken, Fotos und eine MP4 Datei, das heißt einen Videoclip. Ich klicke auf Öffnen und er holt mir die vier Dateien rein. Du weißt das ja, er spielt dann gleich etwas ab. Ich lege mir wieder eine Audiospur fest, die ich dann später die entsprechende MP3 Datei hineinziehen werde. Dann lege ich mir eine Videospur fest, noch eine Videospur und ziehe dann die entsprechenden Materialien dann herein. Das hier ist die MP3 Datei, die ziehe ich mir da herunter, damit ich mehr sehen kann. Aber ich verschiebe diesen Bereich hier, wenn ich wirklich einen schönen Einblick habe, jetzt hier auf diese Zeitachse, dann hole ich mir die MP4 Datei, wähle ich mit der linken Maustaste aus, ziehe sie in die untere hier hinein, dann hole ich mir einmal die erste Grafik, du weißt das, wir ziehen die immer in die andere Videospur hinein, könnt ihr aber theoretisch auch in die selbe Videospur hineinfügen und gebe die jetzt hierher. Gut, es geht um Texte einfügen, wenn wir arbeiten wollen, du weißt, ich klicke herum, stelle das hier wieder herunten auf stumm, hier auch auf stumm, damit wir dann nicht gestört werden, also wenn ich hierher klicke, dann hören wir nichts, weil diese Autospuren eben stumm gestellt sind. Ich habe jetzt Pause. Wenn ich einen Text hier für einen bestimmten Bereich einfügen möchte, wie hier zum Beispiel, wir haben das im vorgehen Video schon gemacht, dann wähle ich mir den Bereich aus, ich kann jetzt zum Beispiel hier rechts die Länge einstellen, machen wir praktisch das Titelbild, dann gehe ich zum Filter hinein und habe mehrere Möglichkeiten Filter festzulegen, in dem Fall, wenn ich Texte einfüge, ist es ein Video Filter, das heißt ich sehe etwas, Audio Filter, ich höre etwas, gehe dann da hinein auf Texte einfach und füge dann hier zum Beispiel so die Überschrift praktisch ein, die ich da gerne möchte, hier Shotcuttitel und Texte einfügen, passe das an und das Ganze wird jetzt an und für sich ja nur dann angezeigt, da in der Mitte, bei dem Punkt kann ich das verschieben, wird es nur angezeigt, solange man eben genau von oben herab diesen Titel er sieht, wenn ich jetzt hierher komme, in den nächsten Bereich, dass sie also nicht sichtbar ist, dann sehe ich auch nicht mehr diesen Text. Und jetzt geht es praktisch darum, dass ich eine gesamte Spur mit einem Text dann auch noch versehe, das könnte ich hier in derselben Spur zum Beispiel machen oder ich könnte es auch in einer anderen Videospur machen, ich bleibe jetzt einmal heroben, bei der oberen, in der alles sichtbar ist, gehe jetzt hierher, wähle die hier aus, klicke mitten hinein und wähle jetzt auf die gesamte Spur praktisch jetzt hier diesen Textfilter dann an. Ich gehe jetzt wieder auf Filter, dann kann ich hier wieder dieses Plus hier nutzen, gehe auf Video, gehe wieder zum Beispiel zu Texte einfach und gebe dann hier zum Beispiel ein, so eine Art Copyright Zeichen, ja, für Lernen.at. Das wäre jetzt hier eine Möglichkeit und wenn ich jetzt hierher gehe, das hier dann abspiele, dann sehe ich dann zum Beispiel, dass wir Lernen.at hier die ganze Zeit dann eingeblendet wird. Das werde ich natürlich anpassen. Ja, schieb das vielleicht so hinauf, dass man es nur oben sieht. Ja, so irgendwie. Ich spule dann weiter und man sieht es dann hier eine ganze Zeit, wenn man hier etwas sieht. Da ich jetzt aber hier nichts sehen kann, sehe ich ja nichts mehr. Wenn ich hier wieder hergehe, erscheint es wieder. Wenn ich es jetzt hier auch wollte, das heißt, wenn ich in diesem Bereich ist, wo unten dieses Video darstellt, dann müsste ich jetzt wieder hergehen. Und das da unten noch einmal eintragen. Da gibt es einen einfachen Schmäh gewissermaßen, denn ich kann, ich kann auch Filter kopieren. Ich kann hier hergehen. Ich wähle hier wieder diese eine Spur aus, gebe wieder in den Filter hinein und kann hier das hier wählen. Ich wähle Filter kopieren, gehe jetzt da herunter und kann dann, wenn Filter ausgewählt ist für diese Spur, kann ich den dann hier über Filter einfügen, dann hereinbringen. Und somit habe ich dann auch für diesen Bereich das dann ausgewählt. Ja, dann sind wir wieder fast zum Schluss. Ich möchte hier jetzt dann, danke für die Aufmerksamkeit festlegen, wenn ich dann hier herinnen bin, gehe wieder hierher auf Filter. Wenn es nicht eingeblendet ist, gehe wieder auf Video, Text einfach, kann hier wieder eintragen, danke für deine Aufmerksamkeit. Vielleicht noch ein Smiley dazu. Passt dann hier dieses Textfeld der Größe noch an, das ihr mir dann da einblendet, setzt es jetzt hier hinein. Und habe dann eigentlich nur noch zu schauen, dass dann wirklich alle Bestandteile meines Videos, in dem Fall hier auch diese MP3-Datei, die muss ich ja jetzt auswählen. Dass ich sie kürze, nämlich, dass alles praktisch nicht übers Ende hinausreicht, gehe jetzt hierher, rechte Maus da aus dem Fernen und mein Video reicht von hier bis hier. Kann man das jetzt anschauen und anhören. Dazu gehe ich einmal hierher, schalte den Ton wieder ein, da fängt jetzt erst an, ja. Kann das abspielen und wenn ich jetzt hierher gehe, könnte ich das jetzt explodieren. Mit explodieren wiederum Standard und dann wähle ich immer YouTube aus, da hat das eine entsprechende Einstellung, gehe auf Datei explodieren und das Video ist explodiert. Ja, das war jetzt das dritte Video. Im nächsten Video geht es darum, dann ein Video stumm zu schalten, Sound auszutauschen, ein- und auszublenden. Und ich freue mich schon, wenn du wieder vorbeischaust bei meiner Videoreihe zu Shotcut. Danke für deine Aufmerksamkeit.